Wittenberge. Einen neuen Freund bekamen die Kinder der Kindertagesstätte Kinderland am 12. März von den Stadtwerken Wittenberge. Lars Kretlow übergab eine Kuh, ein Maskottchen des Kundenbüros des kommunalen Energieversorgers. Im Zuge der derzeitigen Umgestaltung des Büros haben sich die Stadtwerke von den Maskottchen getrennt. Zusätzlich zu ihrem neuen Gast, der jetzt das Außengelände der Kita schmücken soll, gab es für die Kinder nochmal Utensilien.